Egos Perspektive, ich hasse dich, ich hasse dich. Haben wir überhaupt ein Messer? Ja. Nein, muss er auch sammeln. Okay. Wie du wusstest, du weißt, was zu tun ist, ne? Oh Gott! Ach ja, und ihr seht nicht den Lebenspacken von dem Gegner. Da ist das Messer, da ist das Messer. Wie geil ist das? Kannst du jetzt tschüss, dass jemand hinter mir ist? Weil man sieht ja nicht sofort auf der Garten. Das ist echt nur so gruselig. Da volltraken wir uns nicht. Oh! Ja genau! Ja genau! Man kann doch nicht mehr abhauen dabei! Man kann doch nicht mehr abhauen dabei! Und da kann er wieder schon mehr! Er kann einfach unendlich zustechen. Ist richtig. Ja, wenn er einmal sticht, dann hat er dich. Okay. Wie unfair ist das denn? Mit der Biene! Hier ist die Biene. Also Till hat er erfahren. Oh, hier wollte ich gerade die Waffe wechseln, ey! Oh Gott! Gerade, weißt du? Die ganze Zeit passiert nichts. Wenn ich den Waffen wechseln, dann kommt einer. Ja. Ey, ich stand da die ganze Zeit. Ich hab dich laufen hören, bin stehen geblieben. Frisst dich an! What the f- Frisst? Frisst? Ja, du musst auch schnell in den Servant reinlaufen, so, ne? Ich meine, muss nicht. Null! Du bist Worte da! Nein! Oh, warum? Ich hab dich da voll getroffen, Alter! What the f- Ich hab mich erschrocken, als der auf einmal um die Ecke kommt. Warum bist du nicht gestorben? Ich hab ne, äh, schwere Rüstung, Mann. Gehabt. Man sieht da den Lebensbalken nicht hin. Auf einmal kommt Virus um die Ecke. Du kannst nichts machen, wenn ihr dich einmal messert. Ja. Das ist richtig scheiße, find ich. Ich seh nur, wie er sogar vorbeilaufen, King ist da, oder? Ich seh schon seinen Blick so, oh, ich bin am Arsch. Ich hatte euch beide gesehen, aber, äh, ja. Alter, das Messen ist so unfair, Alter. Nein! Ja, gegen zwei kann ich nichts ausrichten, besonders gerne Messen. Ja, kann zwar nicht. Ja, aber... Ja. Oh, ich werd auf Facebook angeschrippert. Oh, irgendwann mal. Würde ich lesen jetzt. Oh. Oh, ja. Reflexe, Alter. Shit. Das hab ich bestimmt nicht gehört, oder so. Nö. Nö, nö. Ja, Alter, wie unfair dieses Messern ist. Ich mach dich. Dann leh du selber eins. Beschwer dich nicht. Leute, wieso hab ich kein Messer mehr... Das... Das ist... Vorsicht. Na, scheiße, Alter. Die ziehen uns noch. Die ziehen uns noch. Die ziehen uns noch. Hast du was gesetzt? Nein. Ich setz nichts mehr. Oh, ich wollt grade abdrücken. Das regnet. Was? Wir spielen alle im Labyrinth, du. Da... Es ist ein bisschen scheiße, wenn du außerhalb spielst und dann einfach eine Granate reinlegst. Shit, 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 shit. Das meine ich. Virus. Was? So. Labyrinth ist jetzt Pflicht, weil das ist scheiße, wenn man außen steht und dann einfach Granaten wieder reinwirft. Okay, 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 okay. Was? Hast du mich gesehen auf der Map? Mhm, also nein, aber ich hab dich gehört. Du bist nämlich nicht grad darin begabt leise zu sein. Ich bin halt ein Stecher. Oh, scheiße. Du siehst? Ja, die abgeknallt danach mich. Weißt, ich schau nicht mehr vor mich. Ich schau einfach auf die Map und lauf. Wie hältst du aus, Alter? Hast du dich dreimal getroffen? Ja, ich hab mit Panzerung umgebracht. Jetzt aber nicht, als bin ich verschockt. Ja, super. Das bringt mir jetzt viel. Viel Serien. Oh, ich hab Schaden. Das Messer. Hotel, du bist so verrückt. Erschreck mich nicht. Dreh euch mal um. Hö, 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 ich hab so ne Farge. Ich hab nicht da unten geguckt. Oh, ho, 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 ho. Steht dir vor, du wüsstest nicht, wo wir sind. Und sagst du das und drehen wir uns um, also bist du wirklich da. Dann kriegt man dich auch noch. Ja, ja, ich hab dir voll einen verpasst. Ich dachte so, wartet der jetzt auf mich? Ich hab die Ecke, krieg er denn in die Fresse. Ist ja interessant, wie die das dann gestaltet haben mit Umprogrammieren vom Messer, dass das dann so overpowered ist bei sowas hier. Dass du dann einfach durchgehend jemanden damit messern kannst, ohne dass er sich richtig wehren kann. Es ist gut, finde ich. Nee, eigentlich nicht. Pro. Ihr seht euch gegenseitig auf der Minimap, aber erschreckt mich. Ich guck nie auf die Minimap, so selten. Ich guck nur auf die Minimap. Man sieht den Gegner halt nicht immer, deswegen. Ich gehe hier lieber mit gezogener Waffe voraus. Wow, wow, wow. Wow. Ja, hab ich auch gemerkt. LOL. Rache kill, fünf Prozent. Du hast 250 kassiert, weil ich Kopfgeld hatte, weil ich irgendwie zehn von...zehn der unter euch gekillt hatte oder so. Dankeschön. Oh, was für ein Stecher. Alter, alter, alter. Einen halben Millimeter, ey. Was? Ich hab sie voll getroffen. Du hast es doch nur noch einen halben Millimeter. Bei mir kam kein Schuss an. Ja. 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 Dich. Ja. Genau. Von hinten so. Ich find die Musik gut. Guten Tag. Hi. Oh. 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 Das Gute ist, die beiden sind so plattfüßig, ich höre dich fast über die ganze Karte. Hörst du so, ey Virus, was geht? Servus! Hey, du hast zwei Schuss ausgehalten, was? Nein! Ach man kann ja auch, ach man kann ja auch schlagen. Du hast nur drei ausgehalten, ja. Man kann schlagen, wow. Oh Mann, ist so paranoid das auf... Oh, haaa! Haaa! Ich bin so paranoid! Ich bin so paranoid! Ja, und wir sind Leichtfüße hier, ne? Schießt es gegenseitig! Oh, noch ein Kill. Kannst du es mit nachladen? Nicht! Oh fuck! Gleichzeitig geschossen! Ah! Ah! Okay, wenn wir... Ah! 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 Oh, hab Spaß, mach! Wir müssen mal only knife machen, ohne Scheiß. Nee! Ja, das kann man auch nicht einsteigen. Nee, mach ich nicht. Ja, aber man kann doch einfach immer so fair sein. Nee! Ja, und du wirst da sagen! Nee! Nee! Ja! triste. Nee! Nee!